KACHANG Okay Leute, was geht? Mein Name ist Michael und heute in diesem Video zeig ich euch, wie man Frauenklammer macht. Ich weiß Leute, es gibt viele Videos davon, wie man Frauenklammer macht, aber nicht alle klappen eben. Ich weiß Leute, es ist wirklich schwer seine Liebe anzusprechen, aber Leute, vertraut mir einfach, ich kenn mich da auch. Okay, kommen wir zum ersten Tipp. Der erste... Hey, 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 yo, Michael, yo! Du hast gerade drei Nachrichten bekommen. Drei Nachrichten? Wer, wer hat geschrieben? Ja man, einmal von so ner Jessica, kennst du die? Jessica, meinst du? Ey, Digga, das ist ne geile Bitch von mir, Mann. Und dann noch von so ner Lisa, Mann. Lisa! Pfff! Digga! Die geht so ab, ne? Boah, die hat so nen Booty, so... Ja, Mann, so kenn ich dich, Mann. So kenn ich dich, Ja, Mann, so kenn ich dich. Und da hast du nur eine Nachricht von so nen Johnny bekommen. Der hat so richtig viele Muskeln. Johnny? Ich kenn keinen Johnny. Ey, Alter, nicht, dass du jetzt... Ey, Mann, ich... Ich bin nicht schwul. Ich bin nicht schwul. Ich bin nicht schwul. Haha, cool. Ey, ähm... Wo ist eigentlich dein T-Shirt? Oh! Hat mir so Polo geklaut. Gib mal dein T-Shirt. Okay, okay, okay. Bist du Polo? Sehst du aus, wie ich glaube? Jetzt gib mal dein T-Shirt. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. Versteht ihr? Und dann, wenn ihr das gemacht habt, denkt ihr so... Oh mein Gott, ey, der hat sich ja weh getan. Die muss sich ja nicht... Dann redet ihr automatisch und so... Ich habe mein Fuß. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ihr geht zu der Person hin und fragt einfach, wie viel Uhr es ist. Könnt ihr einfach mit ihr so reden und, hey, wie alt bist du und so. Einfach mal so reden und dann klappt es vielleicht. Ähm, weißt du nicht, wie viel Uhr es ist? Weil ich hab gerade keine Uhr. Äh, bist du dumm oder so? Da hinten ist eine Uhr. Kannst du doch keine Uhr lesen? Ich kann keine Uhr lesen. Wow, 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 wow. Leute, wenn das passiert, vergiss die Bitch. Vergiss sie, denn du wirst sie nie bekommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dich klarzumachen. Wo kommst du jetzt mit mir mit? So, bring ich dich um. B***, blä. Ihr geht einfach im Bus, so, kennt ihr das, so? So ein Mädchen, also ihr guckt so ein Mädchen an, so. So, sie guckt gerade nicht und sie guckt sich so an, so. Und sie guckt so weg, so. Und dann, genau da, wo die guckt, so, guckt ihr so weg. Nein, Leute, guckt nicht weg. Guckt die einfach mal ganz halt an, bis sie guckt. Und dann, wenn ihr sie so anguckt und du sie so anguckst, dann muss irgendwas Magisches entstehen. Versteht ihr, Leute? Dann macht die vielleicht einen auf den, so. Und dann macht die, so, weißt du, so, spielt die so rum, so. Ob ich das einfach mal raus, Leute. Es wird klappen. Jo, falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über Daumen hoch freuen oder einfach mal abonnieren. Das wäre echt cool. Und schreibt mich so in den Kommentaren, wie ihr, äh, Freundin, Weibar klar macht, wie ihr Männer klar macht. Aber auch egal. Wir sehen uns nächste Woche auf Freitag. Peace. Warte. Fünf Euro. Fünf Euro. Fünf Euro. Du kommst jetzt mit mir mit, sonst bring ich dich um. Bäh. Ich hab's nicht. Wir haben Wackelt. Warte mal, warte mal. Warte mal rein. Komm, raus, still, still. Die kleinen Kinder da hinten. Das sind meine Bitches, Mann. Ja, Eistee. Ja. Krieg. 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 Krieg.